Hallo, wir sind gerade in Schwerinland gekommen, wollen uns mal das Schloss angucken. 15 Grad, es wird ein schöner Tag, sonnig ist es. Und dann nehmen wir euch wieder ein bisschen mit, da ist es schon. Schatzi, sieht aus wie ein Tourist. Schon ganz schön mächtig, wenn man davor ist. Sieht schon ein bisschen imposant aus, muss ich sagen. Schreiten wir hier mal durch den Torboden. Hier lässt sich's leben. Also, wir waren gerade da drin, für 8,50 Euro pro Person. Naja, war hübsch, ein paar Zimmer haben sie gezeigt, aber auch ein paar Vitrinen, was uns nicht so interessiert, mit viel Blabla. Aber die Zimmer waren schick, vor allem das königliche Zimmer. Man darf übrigens filmen, aber man darf's nicht... Nur für private Zimmer. Genau, also, haben wir halt auch nicht gefilmt. Genau. Ja, aber jetzt haben wir's mal gesehen und dann gucken wir uns jetzt draußen noch hier den Park an, weil der ist auch ganz schön. Also draußen gefällt's mir noch besser, als drinnen. Kuh hier mit den Steinen, so richtig kühl hier drunter. Hier geht's wieder raus. Schönen Blick auf den See.